Hallo, mein Name ist Miriam und ich freue mich sehr, Ihnen heute unser Antischwerkraft-Laufband All-to-D vorzustellen. Das Erste, was Sie für eine Trainingseinheit darauf machen müssen, ist diese Shorts anzuziehen. Wenn Sie das getan haben, betreten Sie das Laufband von hinten. Durch einen Schritt ins Cockpit, geben das Cockpit bis zur Hüfte an und schließen. Danach versiegeln Sie sich mit dem Reißverschluss und den Shorts in der Luftkammer. Wenn Sie das getan haben, drücken Sie auf Start. Jetzt wird eine kurze Kalibrierung durchgeführt. Das heißt, der Computer errechnet, wie viel Luftdruck aufgewendet werden muss, um das Körpergewicht, was jetzt gemessen wird, zu reduzieren. Dafür verschränken Sie die Arme bitte vor dem Körper und berühren nicht die Armgriffe. Wenn die Kalibrierung fertig ist, ändert die Anzeige sich von Kalibrierung auf 100%. Das heißt, Sie können mit dem Workout beginnen. Sie können links das Körpergewicht verstellen und rechts die Geschwindigkeit. Musik 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 Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf Stopp, das Laufband wird gestoppt und Sie sippen sich aus der Luftkammer heraus, öffnen das Schloss und drücken das Cockpit nach unten. Ich hoffe, Ihnen hat meine kleine Trainingseinheit gefallen. Musik